Musik Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play MindEyes. Dieses Spiel gibt es kostenlos auf Steam. Es ist ein kleines Indie-Horror-Game. Wir sind jemand, der versucht, aus seinem Schlaf zu erwachen, also schlimmer. Und irgendwas oder irgendjemand hält uns davon ab. Und das werden wir gemeinsam herausfinden. Ich bin mal gespannt. Also ich bin ja jemand, der Angst hat von Horror-Games. Aber ich spiele es trotzdem, weil es cool ist. Man braucht sowas. Ab und zu mal ein bisschen... Interessant. Was ist das? 30 bis 45 Minuten. Mal gucken. Laden. Bitte warten. Please hold the line. Du, 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 du... Wake up! Wake up! Please. Why are you waking up? Wake up! Hello everyone, this is Michael here speaking for CTO News at 11pm. Just as yesterday, the weather has not lightened up much at all. In fact, it seems have gone colder. Windows remain covered with big frost, and some neighborhoods down in the southwest are losing power. I'm sure I'll hope they are safe. In other news, word was released that there was a murder taking place, which police are saying. Uh, let me see here. The woman was killed in her home, two days ago, but she must not begin to murder. It's not for her. The weather would prevent anyone from finding her quite some time. It began the time to get away, of course. But honestly, I don't know. Well, that's it for now. I'll see you in a few hours. Until then get a load of this wonderful jazz. Okay, then nochmal herzlich willkommen zu MindEyes. Will ich mal sagen. Okay. Kann man hier... Also ducken kann ich mich schon mal nicht. Was war das? Hört ihr das auch? Also ich bleib hier beim Radio. Also ich muss sagen, die Bilder, das ist schon... Sind zwar alle gleich... Okay, nicht alle, aber... Okay... Hilfe. Ich will gar nicht aus diesem Raum raus. Ah! Weil es so schön ist, lassen wir es an. Welche Tür nehme ich? Na, ich guck mal hier. Na, ich guck mal hier. Ein Klebeband, oder? Was ist das? Was ist das? Ja. Also er scheint sich nicht daran zu erinnern, dass das jemals hier gewesen ist. Okay. Okay. One. Okay. Kann ich nichts machen. Okay. Oh mein Gott. Und... Es hat geklopft. Licht. 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 Jawoll. Licht. Ist das unser Haus? Okay. Schlafzimmer. Also hier, die Tür kriegen wir nicht auf. Ich will erst ein Licht schaltern, dann gucke ich mich um. Mhm. Kann ich das nicht nehmen, diese... Dieser Schneider-Ding da. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Voll sinnlos. Hm. Ähm. Okay. Nettes Bild. Guckt ein bisschen ernst. So. Da leuchtet ein Teddybär. Ich geh erst mal hier hin. Das ist dasselbe Bild wie im Schlafzimmer. Ich... Ja. Okay. Ich will nicht. Warum? Das war doch so schön. Ey. Ich drücke E. Aber nichts passiert. Ich hab Angst. Was? A World... Mhm. Ach, ich brauch hier ein... Code. Ey. Das ist jetzt unfair. Ernsthaft. Was ist das? Oh, der Teddybär wird immer auf meiner Seite sein. Okay. Ähm. Ähm. Dieses Herz schlagen, ey. Ich mein, ich bin ja froh, dass wir immerhin Licht haben. Immerhin etwas. Ich habe gehört, was passiert ist, Tom? Mhm. Es war nicht deine Schuld. Dass du die Kontrolle verloren hast. Ähm. Wir hatten wohl einen Autounfall. Oder so. Ey. Nein. Ah. Oh. Mein Englisch ist manchmal ein bisschen... Ich kann es schon lesen, aber... Das Übersetzen ist manchmal etwas schwer. Auch wenn es wahrscheinlich super einfach ist. Ist genauso wie... Ich spreche ja Italienisch. Aber ich kann es nicht schreiben. Und so weiter. Warum zum Teufel kann man hier nicht... Ausgang! Und wir müssen Teddybären finden. Hören wir hier was? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Teddybären finden. Nein. Nehmen wir das hier. Nein. Zum Glück kann man. Es ist kaputt. Also ich finde es ja gut, dass solange... Also dass es noch ruhig ist hier. Wups. Okay, hier ist nichts. Vielleicht kann man ja in den... Kann ich rennen? Ah, das kann ich. Okay. Kann man jetzt hier hin? Nein. Ich weiß nicht. Ah! Problem geklärt. Jetzt muss ich nicht mehr hier... Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? War der Stuhl schon immer da? Nein. Ein Heckenschneider. So. Der Stuhl war auch nicht da. Okay. Hier können wir immer noch nicht... So sieht es viel besser aus. Ich muss sagen, eine hübsche Küche. Ist schön. Achso, das ist die Notiz. Wenn ich denke, dass wir im Schlaf sein sollen. Ein ziemlich wacher Traum. Okay. Oh, da ging jetzt die Tür auf. Ihr wisst schon welche, die hier zu war. Nein. Kann ich das jetzt nehmen? Nein. Ich finde, solange noch nichts passiert ist cool. Ah! Ah! Oh mein Gott! Ah! 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 Was sagte ich eben? So lange nichts passiert? Ja? Okay. Ja. Gut. Echt. Schön. Das ist scheiße, ernsthaft. Das ist scheiße, ernsthaft.